Ohne ihn ist alle, alles so, so, so lär jetzt. Na, Gerda, jetzt, jetzt übertreibst du es aber schon ein bisschen. Ja, ich finde auch, immerhin war es schon seit 25 Jahren geschehen, oder? Gerda, so oft, wenn der die Hintergange hat, normalerweise müsstest du aufs Grab noch ein bisschen pflanzen. Ein guter Liebhaber, das war er, keine Frage. Ja. Wer will so, wann? Na ja, also... Nach unserer Hochzeit. Nicht direkt. Aber das war ein Ausrutscher. Und ich habe unser Verhältnis so ganz schnell wieder beendet. Die Freundinnen teilen sich das doch alle. Hätten Sie Lust, mit ihm eine kleine Spritztour zu machen? Oh, das geht mir jetzt ein wenig zu schnell, Herr Giesbauer. Aber nein, er fährt doch höchstens 120. So, was nachgekommen ist, das kann ich jetzt, glaube ich, nicht erzählen. Ein Kacknuss. Wie... angebracht. Wussten Sie, dass es ca. 1000 verschiedene Kackteenarten gibt? Oh, nein! Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt in den südlichen Staaten der USA und in den nördlichen Staaten Rixikon. Ja, das ist aber... Oh, ich hätte dich älter geschätzt. Es ist doch ganz normal... Dass man sich, wenn man sich zum ersten Mal trifft... Mit Mamonen... Ja, über nix anders reden... Als wir über... Kaktus sind... Hatten Sie immer im Halterverbot, oder was? Oh! Ich fahre sofort weg! Ah! Haben wir ein kleines Rendezvous, was? Ja! Sollen die jungen Leute doch ihre Erfahrungen machen, nicht wahr? Ja! Ich weiß nicht! Geiler! Ja, Papa! Ja, Papa! Vielen Dank.